Hey, ich habe beim Wandern im Wald gerade ein wildes Bienenvolk entdeckt und zwar da in diesem Baumstamm hinter diesem bisschen Gestrüpp da ist das Einflugloch. Ich gehe mal vorsichtig näher ran. Total schön, ich konnte ganz nah ran gehen ohne dass ich als Gefahr angesehen wurde und angegriffen wurde. Ich bin kein Fachmann für Bienen, aber ich glaube, dass es sich um ein verwildertes Honigbienenvolk handelt. Honigbienen kommen bei uns ja eigentlich nur noch unter der Obhut von Imkern vor, aber wenn so ein Bienenvolk zu groß wird, dann kann es wohl sein, dass ein Teil des Bienenvolks auszieht und sich eine neue Bleibe sucht. Das ist dann die Chance mal irgendwo so eine Bienentraube zu sehen, wo so ganz viele Bienen zusammenhängen an einem Ast, an einem Baum irgendwo. Das ist dann so ein Bienenvolk, das gerade eine Pause macht auf der Suche nach einer neuen Bleibe und von dort aus schwärmen dann diese ganzen Drohnen aus, um ein neues Zuhause zu finden. Und das sind in allererster Linie Baumhöhlen. Und dieses Bienenvolk hier, das hat wohl seine Baumhöhle gefunden. Schön. Macht's gut. Schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020